Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Badischen Staatstheater Karlsruhe zur Einführung zum Ballett Zukunft braucht Herkunft, Hashtag so ein Theater von Tiago Bordin. Mein Name ist Silke Mayer-Brösicke, ich bin Ballettdramaturgin beim Staatsballett Karlsruhe. Das Badische Staatstheater wird 2019 300 Jahre alt. Zur Jubiläumsspielzeit unter dem Motto von Zukunft 300 Jahre Staatstheater steuert das Staatsballett ein getanztes Geburtstagsgeschenk bei, das sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mitnehmen wird auf eine abwechslungsreiche und humorvolle Reise durch 300 Jahre Kultur, Theater und Tanzgeschichte. Zudem ist Tiago Bordins Uraufführung eine Hommage an die Stadt Karlsruhe, ihr Theater sowie an ihre Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich auch eine Liebeserklärung an den Tanz an sich, die älteste theatrale Ausdrucksform der Menschheit. Der brasilianische Choreograf Tiago Bordin ist in Karlsruhe kein Unbekannter mehr. Für die Ballettgalas der vergangenen Jahre kreierte er mehrere Uraufführungen, darunter Desiderium und Episoden. Im November 2018 gab er sein glänzendes Karlsruher Debüt als Tänzer in der Rolle des Prinzen Siegfried in Christopher Wildens Schwanensee. Der ehemalige erste Solist des Hamburg-Ballett und des NDT-Nederlands-Danz-Theater Amsterdam, ausgezeichnet unter anderem mit dem Ballett-Oscar Prix Benoit de la Danse, kreiert mit Zukunft braucht Herkunft, Hashtag so ein Theater, sein erstes abendfüllendes Ballett. Das Einzigartige an der Karlsruher Theatergeschichte ist, dass der Bau eines Theaters gleichzeitig mit der Stadtgründung durch den Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach erfolgte, im Jahr 1715. Das Hoftheater wurde im Ostflügel des neuen Jagd- und Lustschlosses zwischen dem massiven Chord de Logie, also dem Wohntrakt, und dem Ballsaal errichtet und am 13. Januar 1719 mit dem musikalischen Divertissement Celindo oder die hochgepriesene Gärtnertreue eröffnet. Der Gründer und Namensgeber der neuen Stadt, Markgraf Karl Wilhelm, wurde auch Petit Roi de Soleil genannt, kleiner Sonnenkönig. Und nicht zufällig hat er als architektonischen Grundriss für seine neue Stadt den Fächer gewählt, in dem die Straßen wie Strahlen der Sonne vom Schloss weg in die Stadt hineinführen. Wie sein Vorbild, der französische Sonnenkönig Ludwig XIV., ließ Karl Wilhelm seine Residenz und damit auch sich selbst als Zentrum seiner Stadt und seines Staates verherrlichen. Außerdem liebte er Theater und Ballett, Musik, Gartenkunst und exotische Tiere und vor allem schöne Frauen. Bis auf seine Sittenstränge Gattin, die württembergische Prinzessin Magdalena Wilhelmine, die der Überlieferung nach eine große Nase und andere Schönheitsmakel hatte und die nach der Stadtgründung nicht mit nach Karlsruhe umzog, sondern Zeit ihres Lebens in der bisherigen Residenz, der Karlsburg in Durlach, wohnen blieb. Diese historische Anekdote nimmt Tiago Bordin zum Anlass, sein Ballett mit einem Pas de Deux dieser beiden historisch verbürgten Persönlichkeiten beginnen zu lassen. Zerstörung und Wiederaufbau prägen die Karlsruher Theatergeschichte, weswegen das Theater in den vergangenen 300 Jahren oft umziehen musste. Als das Schloss renoviert wurde, zog das Theater in eine umgebaute Orangerie im heutigen Botanischen Garten um. 1810 in den von dem Architekten Friedrich Weinbrenner entworfenen Neubau am westlichen Ende des Schlossplatzes. Dieser Theaterbau, der damals als eines der modernsten Theater in ganz Europa galt, fiel 1847 einem verheerenden Brand zum Opfer. Über 60 vorwiegend junge Menschen kamen damals ums Leben. Nur sechs Jahre später und nach nur zweijähriger Bauzeit wurde 1853 an selber Stelle der Neubau von Heinrich Hübsch eingeweiht. Heute steht dort das Bundesverfassungsgericht, denn der Hübschbau wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe zerstört. Als Ausweichspielstätte diente nach 1945 das Konzerthaus am Festplatz, in unmittelbarer Nähe zur Nancy-Halle, die heute die Probebühnen des Staatstheaters beherbergt. Erst 1975 wurde dieser Dauerinterimszustand mit der Eröffnung des Staatstheaters nach einem Entwurf von Helmut Betzner am Ettlinger Tor beendet. Doch auch dieses Theater ist heute nach über vier Dekaden intensiver Nutzung und Bespielung in die Jahre gekommen und wartet auf seine Sanierung und Erweiterung. So folgenschwer und dramatisch Zerstörungen sind, so werden dabei doch auch unglaubliche Kräfte und Energien freigesetzt. Der Vernichtung folgt die Wiedergeburt. Dieses Prinzip ist wesentlich für den Aufbau von Tiago Bordins Choreografie. Natürlich kann ein Zwei-Stunden-Abend, der 300 Jahre Karlsruher und weltweite Theater- und Tanzgeschichte umfasst, nicht alle historischen Details und Ereignisse, nicht alle Epochen, Stile und Werke auf die Bühne bringen. Aus diesem Grund hat Tiago Bordin eine Auswahl getroffen und beleuchtet als Epochen den Barock, die Romantik, das imperiale Ballett in St. Petersburg, die Ballerys, die Neoklassik sowie die Gegenwart, das Hier und Heute mit Zukunftsausblick. Humorvoll zitiert und evoziert der Choreograf die unterschiedlichen Tanzsprachen, Schrittmaterialien und historischen Choreografien, lässt vergangene, glanzvolle Zeiten der Ballettgeschichte wieder lebendig werden und flechtet konkrete historische Ereignisse in diese Rückschau ein. Das Jahr 1719, das Jahr der Eröffnung des Hoftheaters im Schloss der Fächerstadt Karlsruhe, fällt in die Zeit des Barock. Eine Zeit reich an höfischen Festen, in denen Tänze der Repräsentation und der Selbstdarstellung der Herrschenden dienten. Insbesondere das Menuet, angeblich der Lieblingstanz des Sonnenkönigs Ludwigs des XIV., erfreute sich ausnehmender Beliebtheit. Ein Musiklexikon aus dem 19. Jahrhundert betont, dass es sich bei dem Menuet um einen graziösen Nationaltanz handelt, der sich nur im gravitätischen Tempo bewegt und daher besonders eine schöne gerade Haltung des Körpers und zierliche Bewegung der Füße und Arme erforderte. Setzt man sich mit der Ballettgeschichte des 19. Jahrhunderts auseinander, so kommt man an Marie Taglioni, der damals als Déesse de la Danse vergötterten italienischen Prima Ballerina, nicht vorbei. Sie gilt als Erfinderin des Spitzentanzes und verkörperte 1832 die Titelfigur in der Uraufführung von La Sylphide, ein Ballett, mit dem das Zeitalter des romantischen Balletts eingeläutet wurde. 1845 kam es in London zu einer Sensation für die damalige Ballettwelt. Die vier größten Ballerinen der Romantik, Marie Taglioni, Fanny Cerrito, Carlotta Grisi und Lucille Grahn, standen gemeinsam auf der Bühne und tanzten den Pas de quatre in einer Choreografie von Jules Perrault. Tiago Bordin zitiert dieses außergewöhnliche Ballett-historische Ereignis in der Szene der Romantik, inszeniert aber nicht nur den Spitzentanz als Magie der Schwerelosigkeit, sondern choreografiert augenzwinkernd die Marotten solch großer Diven gleich mit. Ein einschneidendes Ereignis der Karlsruher Stadt- und Theatergeschichte bringt Tiago Bordin gleich im Anschluss daran auf die Bühne. Den verheerenden Brand vom 28. Februar 1847, der das großherzogliche Hoftheater zerstört und bei dem 60 überwiegend junge Menschen ums Leben kommen. Mit der Szene des imperialen Balletts wird die Blütezeit des russischen Balletts Amarinsky Theater St. Petersburg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem französischen Choreografen Marius Petitpas wieder lebendig. Petitpas schuf über 50 Choreografien mit hoher technischer Brillanz und tänzerischer Virtuosität. Darunter bis heute gültige Meisterwerke wie La Bayadère, Don Quixote, die Uraufführung von Tchaikovskys Ballett Don Röschen und, gemeinsam mit Lev Ivanov, die Neufassung von Schwanensee, das heute zum Inbegriff des klassischen Balletts überhaupt geworden ist, inklusive des weißen Tütüs als dem Kostüm einer klassischen Tänzerin. Die Reminiszenz an die Ballets Russes, jene legendäre Avantgarde-Kompanie des russischen Impresarios Sergei Diaghilev in Paris, die unter anderem 1913 die skandalöse Uraufführung von Igor Stravinsky's Le Sacre du Printemps auf die Bühne brachte, liest sich wie ein Who is Who der Tanzgeschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Jahrhunderttänzer Vasslav Nijinsky wird mit seinen grandiosen Darstellungen in den Choreografien Les Sulfides, Le Spectre de la Rose, Petruschka, La Prémedie d'un Fon und als goldener Sklave in Sheherazade geehrt. Die große russische Prima Ballerina Anna Pavlova, einer der Stars der Ballerüse, die durch ihr Solo Der sterbende Schwan, choreografiert von Michel Fouquin, unsterblich geworden ist, ist ebenso vertreten wie die US-amerikanische Tänzerin Isadora Duncan, die mit ihrem Diktum »Das klassische Ballett ist tot« den modernen Ausdruckstanz begründete. Sie berief sich in ihrer Tanzkunst auf die griechische Antike und forderte Natur und Natürlichkeit in den tänzerischen Bewegungen. Konsequenterweise hängte sie also das Tütü und die Spitzenschuhe an den Nagel und tanzte in weiten Tuniken und Barfuß. Auch die Anfänge der Neoklassik, begründet durch Georges Balanchine, der als Choreograf bei den Ballerüse angefangen hatte und in den 1940er Jahren in den USA das New York City Ballet ins Leben rief, dürfen natürlich nicht fehlen. Überschattet wird diese kompakte Retrospektive von aufmarschierenden Soldaten und Fallschirmjägern, den beiden Weltkriegen. Die Schönheit des Tanzes, der Musik und der Kunst wird, ebenso wie das Badische Staatstheater in Karlsruhe, durch Bombenangriffe zerstört. Trümmerfrauen nach dem Krieg bauen das zerstörte Land wieder auf. Und schließlich kann mit der Eröffnung des heutigen Staatstheaters am Ettlinger Tor nach einem Entwurf des Architekten Helmut Betzner die Gegenwart des Tanzes beginnen und in die Zukunft blicken. Das Bühnenbild hat das österreichisch-kroatische Designkollektiv Numen gemeinsam mit Ivana Jonke entworfen. Die Gruppe wurde 1998 von den Produktdesignern Sven Jonke, Christoph Katzler und Nikola Radelkovic gegründet, ist in den Bereichen Bühnenbild sowie Industrie- und Raumdesign tätig und bereits mit vielen internationalen Preisen ausgezeichnet. Ihre Installationen und Ausstellungen werden weltweit in öffentlichen Räumen und renommierten Museen gezeigt. Mit Ausdrucksformen und Materialien des Industriedesigns bringt das Team eine Rauminstallation auf die Bühne, die auf spektakuläre Weise Abstraktion und Ästhetik miteinander vereint. Als Hommage an das Karlsruher Theater werden in der Szene der Gegenwart konkrete innenarchitektonische Elemente des Theaterneubaus von Helmut Betzner auf die Bühne gebracht. Die großen futuristischen Leuchter der Foyers sowie die Bofinger Stühle. Der Bofinger Stuhl, ebenfalls von Helmut Betzner entworfen, zählt heute zu den bedeutendsten Klassikern des modernen Möbeldesigns. Auch der Fächergrundriss der Stadt Karlsruhe wird zu Beginn und am Ende angedeutet. Auf welche Weise wird hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Mögen Sie gleich beim Betreten des Zuschauerraums selbst auf Entdeckungsreise gehen. Die Niederländerin Breche van Balen, eine ehemalige langjährige Tänzerin des NDT-Nederlands-Danztheater Amsterdam und jetzt europaweit gefragte Kostümbildnerin, hat die Kostüme entworfen. Ihre Entwürfe sind fantasievolle und witzige Kombinationen aus historischen Zitaten, originalgetreuen Theaterkostümen und Elementen heutiger zeitgenössischer Mode. Eine 300 Jahre umfassende Zeitreise durch die Theater- und Tanzgeschichte stellt die Choreografie vor die schwierige, aber auch spannende Aufgabe einer ausgewogenen und adäquaten Zusammenstellung musikalischer Werke. Für Thiago Bordin ist, wie er selbst sagt, die Musik essentiell. Die erste und wichtigste Ideenquelle für eine Choreografie ist meine Liebe zur klassischen Musik. Und weiter sagt er, es ist unglaublich, wie viele Gefühle Musik ganz ohne Worte in uns auslöst, was sie mit uns Menschen macht. Sie eröffnet uns so viele tiefere und weitere Dimensionen und kann Leute auf der ganzen Welt, die alle verschiedene Sprachen sprechen, sehr verbinden. So gut wie nichts anderes auf der Welt. Daher ist seine Musikauswahl für Zukunft braucht Herkunft, Hashtag so ein Theater, instinktiv und emotional. Dass die Musik dabei mit durch die Jahrhunderte reist, liegt dennoch auf der Hand und beginnt im Barock, wie sollte es anders sein, mit Johann Sebastian Bach und seinen brandenburgischen Konzerten. Denn, um mit dem Komponisten Mauricio Kagel zu sprechen, es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch alle. Die Reise geht weiter zu den beiden Giganten der Klassik Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven. Der große Klaviervirtuose der Romantik, Frédéric Chopin, steuert eines seiner pianistischen Kleinode bei und auch der Ballettkomponist par excellence Peter Ilyich Tchaikovsky, unsterblich durch seine Partituren zu Schwanensee, Dornröschen und der Nussknacker, ist mit seinem monumental majestätischen ersten Klavierkonzert vertreten. Ein Ballett über die Karlsruher Theatergeschichte kommt musikalisch an Richard Wagner nicht vorbei. Im 19. Jahrhundert wurde dem Hoftheater dank der intensiven Wagner-Pflege der beiden Generalmusikdirektoren Hermann Levy und Felix Mottl das Prädikat »Klein bei Reut« zuteil. Wagners Rienzi gehörte zu Adolf Hitlers Lieblingsopern und die Nazis nahmen die Rienzi-Overtüre in ihre propagandistischen Dienste, als Klanguntermalung der Reichsparteitage. Kein Zufall also, dass Tiago Bordin zu diesem Werk die Schrecken der Weltkriege evoziert. Um die Lehre der Nachkriegszeit zu erzählen, wählt Tiago Bordin ein verstörend-düsteres und nachdenklich-meditatives Stück des zeitgenössischen englischen Komponisten Max Richter. Igor Stravinsky, quasi der Composer in Residence der Ballet Rüs, läutet mit dem Triumphmarsch des Teufels aus die Geschichte vom Soldaten die Zeitenwende hin zur Moderne ein. Der Meister der Minimal Music, Philipp Glass, ist mit Metamorphosis I vertreten. Einem Klavierwerk, das 2006 der brasilianische Musiker Marco Antonio Guimaraes für sein Ensemble Huasti arrangiert hat. Die Bearbeitung ist Teil der Tanzpartitur Aguas da Amazonia für die Ballettcompany Grupo Corpo der brasilianischen Stadt Belo Horizonte. In der Szene, die sich dem heute widmet, findet Tiago Bordin nach der abenteuerlichen Reise durch die letzten Jahrhunderte europäischer Musikgeschichte zu den Wurzeln seiner brasilianischen Heimat zurück. Den Rahmen der Zeitreise bilden Stücke aus dem Hier und Heute des 21. Jahrhunderts. Experimentelle Werke mit Live-Elektronik und Zukunftspotenzial der beiden avantgardistischen Musiker Johann Johansson und Nils Fram. Nun wünsche ich Ihnen einen anregenden und mitreißenden Theaterabend und verabschiede mich von Ihnen mit André Malraux. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern.